Servus, Leute, da sind wir wieder mit Deadpool. Ich bin ja gespannt, was unsere Holte-Mai-Tod heute für uns bereiterhält. Jetzt werden wir erstmal die erste Schatzruhe eröffnen. Schätze sind immer nice. Hm, 1500, nicht schlecht. Okay, und dann scouten wir ein bisschen. Weil ich vermute, das wird ein ziemlich schwieriger Part. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schaffen kann, gescheit. Gut, dann gehen wir mal los. Zuerst die kleinen Fitzelchen einsammeln. Okay, schon mal nicht schlecht soweit. Aha, läuft gut. Was haben wir hier? Ich weiß, auf dem Weg, da hinten war auch eine, aber die war zu sehr in den dunklen Stellen. Oh Gott, wie soll ich da hinkommen noch? Ich glaube, es geht nicht mehr. Egal. Dann krieg ich die Truhe da oben nicht. Ja, oder... Nee, aber da kann ich nicht auch nicht. Ah, come on, echt jetzt? Ich hab den grad nicht gesehen, was los mit dir? Ah, Junge. Komm schon. Maybe we could pick up the pace? Oh, man ist okay. Oh, Deadpool, nicht. Nicht noch schneller. Was ist los mit dir? Das ist so schon viel zu schnell. Oh Gott, wie soll ich mit diesen ganzen Truhen interagieren? Ja, wenigstens funktioniert das diesmal geschwindigkeitstechnisch. Ja, 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 ich mach doch schon. Oh, das sind wir da knapp. Ja, okay. Ich versuch's. Ich versuch, vorsichtig zu sein. Was? Deadpool kriegt Schaden, nur weil er ein bisschen über heiße Kohlen läuft? Das ist lächerlich. Hm, Style. Das heißt, ich darf hier nicht in die Lava fallen, geh ich mal davon aus, beziehungsweise. Es hört sich so an wie Lava, sieht aber immer noch aus wie heiße Kohlen. Okay, nicht schlecht. Machst du das schon? Keine Eingänge, nichts. Ja, okay, man kommt ein bisschen dieses Dungeon-Feeling und man erwartet dann ein bisschen mehr. Oh, wo bin ich? Oh, cool, hier ist das Ende der Welt. Eine unsichtbare Mauer, die ins Nichts führt, die ich nicht durchschreiten kann. Okay. Und was ist das hier? Marios Röhre. Jawoll, es ist Marios Röhre. Jawoll. Denk ich mir. Und runter. Oh, ja. Hm. Size Girler, ich liebe sie. Oh, oh, oh. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich da rüberkommen soll, gescheit. Was? Was war das? Warum habe ich die da oben nicht gekriegt? Äh, die da unten nicht gekriegt. Jetzt habe ich sie bekommen. Sehr gut. Okay, läuft. Oh, komm, du musst runter. Hey, 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 hey. Okay, man kann die Tue auch so öffnen. Das ist gut. Ja, ich wollte nicht noch höher springen. Oh. Nicht wie sie. Schöne runter. So, gefällt mir das. Oh, Skelette. What? Oh, nice. Ich muss schon sagen, dieses Spiel ist echt gut designt insgesamt. Oh. Ein Schalter. Was macht der wohl? Hey, neue Skelette. Was für eine Gemeinheit. Was zieht das? Oh, da kommt noch mehr. Cool. Das sei es, die könnten ja endlich spawnen. Sehr interessant. Mal sehen, was passiert, wenn ich... Okay, das ist nur die übliche Ausweichattacke. Oh, jetzt muss ich aber vorsichtig sein. Come on. Hier kann man nun endlich Punkte farmen, oder? So ist es doch. Oh, ist das nice. Allerdings kriegt man sie nicht. Oh, doch, man kriegt sie alle. Ah, es ist also doch kein kompletter 2D-Scroller. Man kann also ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten. Was? Yar? Yar again? Okay. Oh, verstehe. Erstmal durchportieren wieder. Ach, komm schon. So schwierig ist das nicht. Jawoll. Dicke Punkte. Warte mal. Gibt es da noch mehr? Vielleicht habe ich nicht genau hingeguckt. Nee. Sah anders aus. Hm. Mehr unlogische Hebel. Okay. Jawoll. Ich brauche auch die ganzen Punkte unbedingt. Das ist ziemlich wichtig. Oh, nice. Die Attacke, die kannte ich ja noch gar nicht. Oh, nein. Komm mal. Ah, nochmal Hebel drücken. Dieses Plattform ist fantastisch. Ja, come on. Nein. Oh, so dummer Wähler. Komm ich da noch raus? Ja, schon. Ein paar verbrannte Füße machen da wohl nichts. Darf auch nicht so sein. Oh. Komm schon. Das ist nicht einfach. Auch wenn es vielleicht einfach aussieht. Und. Das war auch sehr knapp. Okay, hier haben wir jetzt alle gesammelt. Erstmal wieder Hebel. Oh, nein. Habe ich die ganzen Punkte übersprungen? Das ist ja furchtbar. Oh, um Gottes Willen. Ja, okay. Wir versuchen unser Bestes. Ah, woher konnte ich das denn wissen? Dass das der Hebel für den Ausgang ist. Oh, shit. Okay, das können wir reißen. Yay. Oh, shit. Oh, shit. Das wird ja noch richtig schwierig. Verdammt, die Skelette, die behindern mich. Jetzt weiß ich, warum die Fässer so komisch fliegen. Jawohl. Nochmal erwischt. Jetzt wird es wirklich schwierig. Oh, shit. Komm schon. Nein, wieder daneben. Jawohl. Direkt über die Ecken geworfen. Oh, noch einer. Jawohl. So, haben wir die Maschine erledigt. Auch stylish. Hm, süß. Immer noch Clone kaputt hauen. Okay. Aber in diesen Spaß steige ich mit ein. Yep. Ziemlich daneben, Gäbel. Alter, was ist los mit dir? Ja, sag mal, hörst du mal auf, auf mich zu schießen, du Spinner? Der schießt jetzt nur noch auf mich, gell? Das ist ja geil. Ach, warte mal, das ist gar nicht Gäbel. Oh, Gott, das sah nur so aus. Das war genauso schlimm, als wie wenn, wie wenn's Gäbel wäre. So, zumindest. Kann man das... Kann man das... Wenn da ist jetzt was noch zu tun ist. Obwohl die Frage bleibt, was ist noch zu tun? Okay, den haben wir runtergeschmissen. Schon mal nicht schlecht. Ich wüsste gerne, in welche Tür oder wohin ich sonst so soll jetzt. Junge, lass dich treffen. Was? Der konnte mich doch gar nicht sehen aus der Position. Gemeinheit. Komm schon. Was ist mit dir hier? Wenn er nur einmal stehen bleiben würde. Na, endlich. Okay. Schätzchen, so machen wir das. Na, los. Jemand mit dieser unfunktionarben Lut hast du... Die Destruktion der Katakombs kann jetzt beginnt. Jetzt können wir zusammen. 永遠. Das heißt, wir gehen ständig? Echt das? Ja, Deadpool, das heißt es. Baby, du bist der Tod. Du hast die Spirits für mich. Danke, mein Lieber. Jetzt musst du mich verlassen. Was? Was? No, no, babe. Was it something I said? Oh, it's something you are, Wade. You're alive. Go, finish your journey. And stop sinister. Baby. Our time will come. Believe this? Cockblock twice in my own game. Ich bin zwar nicht aus Amerika, aber ich muss zugeben, sehr stylisch. Dann wollen wir mal sehen, welche Erfe wir als nächstes aufreißen können. Oh, Gott, wir sind da wieder. Oh, Gott. It's very French. Fokus. Oh, my God, what's that over there? Oh, Gott. Wolverine ate it? Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Deadpool, ich weiß, dass du hier bist. Hey, wie ist es? Was hast du da gemacht? Just ein bisschen Surprise für unsere Spieler. What? Oh, Gott, das ist mir gerade. We need everybody on this one, if we're going to stop sinister. That means you too. Yeah, duh. It's my game. Game. This is serious. You quit scratching your ass, Bub, and get into the fight. You said ass, Bub. He's a bleak. Okay, sollen wir uns also dieses Mal ausnahmsweise so richtig beeilen und auf sonst nichts achten? Oh, wow. Erstmal alles einstürzen lassen. Ja, toll, was soll ich denn da machen, wenn ihr alles einstürzen lasst? Ähm, okay. Jetzt probieren wir erstmal da hochzukommen. Also doch, das Übliche. Nein, gut. Ja, 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 ich beeile mich doch schon. Hm, oh mein Gott, was ist das? Hört sich nach einem Sentinel an. Natürlich weiß ich es nicht mit Sicherheit. Okay, das könnte der Aufgang sein, theoretisch. Ja, sieht so aus. Gut, dann wollen wir da mal hoch. Nein, das kann mir jetzt nicht euer Ernst sein. Ich war jetzt in dem Spieler drin. Ihr fragt alle. Yes? Nein, nein, nein. Läuft! 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 Untertitelung des ZDF, 2020